... ... ... ... ... ... 10 Kubik sind geil, ne? Die zieht richtig. Ja. Das ist Halbgas. Der dreht die Feuer mit den 10 Kubik, oder? Eigentlich brauchst du nicht so. Die sind nachher auf dem großen Bildschirm alles genau. Ich will gar nicht beidrücken. Schwerpunkt stimmt, ja? Ja. Bloß Querbruder stöpften überhaupt nicht. Ja, nee, das war klar. Ich hab fast bis zum Anschlag getrimmt. Na? Die kann man ja noch nachregeln. Unterschied? Ja, das Stattern hat er immer mal. Das war schon immer mit dem Motor. Unterschied zwischen halbem Vollgas oder Lärm. Ja. Die haben wie so einen Suppentiegel. Ja. Aber du, es ist ja, er hat die Geschwindigkeit, ne? Er bringt was. Ja. Sag mal jetzt, das ist gar nicht so einfach, den hier zu behalten, du. Ja. Durch die Wolken, das irritiert so. Ich hab nie gedacht, dass ich den Benzin ja so anhören kann. Geil, ne? Ja. Original Methanola an. Ja, ich hab ja noch einen Schlauch reingemacht. Auspuffschlauchverlängerung. Und dann klingt der gleich noch ein bisschen anders. Ja. Guck mal was denn Land ist. Also, ich wollte gerade Pause machen hier. Wenn du landen willst, dann... Ach klar. Wenn ich dich der fliege, ist es einfacher zu filmen. Wenn ich dich der fliege, ist es einfacher zu filmen. Ja, das geht nicht. Dann ist es hier gedreht. Das Problem hab ich am Anfang auch. Ich wollte zwei, dreimal ansetzen, weil da meistens zu schnell reinkommen. Ich weiß nicht, wie schnell die her muss da drin. Die geht wie Sau, ne? Die kann mit Standgasse anfliegen. Deswegen hab ich das Standgasse mal ein bisschen höher eingestellt, dass der Motor nicht so schnell ausgeht, weil? Falls du doch noch mal durchstarten musst. Kann das werden. Heit. Ja, Sebra.